Heute ist Wahnsinn. Dreimal dürft ihr raten, gegen wen ich heute spiele, gegen 1860 München. Dort habe ich fünf Jahre gespielt und heute spielen wir gegen die U16. In der Mannschaft habe ich auch fünf Jahre gespielt. Heute spiele ich mit der U16, auch gegen die U16 von den Löwen. Kreisliga gegen Bayern Liga. Das wird ein hartes Match, aber ich habe Bock und ich tue mein Bestes, dass ich die Kiste sauber halte. So, jetzt Spaß haben wir angesagt. Let's go! Get out! Get out! Get out, get out! Get out, get out! 42 ftf! Allee сор, doch mal bin! Nie ¡Tschüssi! Tschüssi! Wow Bobby! Oh my god! Oh my god! Hey! 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 Bobby, kurzes Fazit von gestern Halbzeit? Macht er gut irgendwie. Macht er. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Spiel von Bobby. In der alten Heimat. Die Firma richtig gut. Gute Spieleröffnung. Geiles 1 gegen 1. Alter so. Sensation-Fahrrad! Tischen! Tischen! Boppy! Gåert Boppy! Wow Louis! Jetzt greck! Ooooooh Hup! 5 10 10 10 11 11 11 Stark, Bobby! Ich will zu sagen, die Mannschaft hat gut gespielt, das war ein mega Spiel, das hat einfach super Spaß gemacht. Bobby! Bobby! Bobby ist der Krasseste!